Oh, ich bin Innocent und ich habe direkt einen Schuss gehört. Alter, ich bin hier gefangen in dem Luftschach. Geh mal bitte dein Leben jetzt, ja? Der Maudado verfolgt mich, der Maudado verfolgt mich. Hey, ich muss da irgendwie doch wohl raus, oder? Vielleicht ist es dreht da. Hauptsache hier hängt es in der Poster. Hey, Leute. Hey. Hallo, meine Freunde, na? Hallo. Bock zu sterben? Bäm, bäm. Mr. Moor nimmt wieder von allen Abstand, dass er wieder auf alle draufsnipern kann, wie jede Rolle. Hä? Wie ist der hier gerade? Ey! Oh ja, was ist, was ist, was ist, was ist, was ist. Alter! BTF hat den jetzt getötet? Wer ist tot? Hallo. Oh, sorry, ich habe auch den Traitor-Kollegen getötet. Wer ist tot? Hups. Ah, es wurde angegriffen. Ja. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Allerdings merkt man halt, wenn du... Rotpilz! Okay, das ist dann aber Rotpilz. Wie geil ist das denn? Aber ich habe mir überlegt, man könnte Zombie-etan, weil der steht ja manchmal rum und sagt nichts. Ja, das ist irgendwie witzig. Habe ich jetzt noch mehr Punkte? Oh, stopp, stopp, stopp. Nein, nein, nur damit mehr Punkte, Chris. So, jetzt setzt man die Bomb-Station. Ja, sieht ganz normal aus. Oh, was ist das denn? Oh, ich heil mich mal. Oh Gott. Das geht ja richtig schnell hoch. Der hat Granate auf mich geworfen. Wir haben eine Granate auf mich geworfen. Ey, welcher Arsch war das? Da hat jemand eine Granate auf mich geworfen. Manu war das. Ah, nee, Manu war das. Ich habe gerade eine Smoke-Granate runtergeworfen. Nee, mir hat jemand eine richtige Granate am Kopf geworfen. So eine Peng-Peng-Granate. Nö. Eine Peng-Peng-Granate. Ich glaube, Rotpilz ist der Traitor. Ja, Rotpilz, Rotpilz. Oh, Mann. Oh, da oben schießen auf jeden Fall Leute. Ja, Rotpilz ist der Traitor. Wo ist Rotpilz? Ich komme nicht aus dem Wasser. Manu, lebst du noch? Manu? Rotpilz? Hallo, da oben ist jemand. Ist da oben ein Traitor? Oh, da springt jemand runter ins Wasser. Rotpilz hat sich als German-Let's-Play getart und ist dann ins Wasser gesprungen. Es ist im Wasser auf jeden Fall jemand. Wo ist noch jemand? Warte, ich untersuche kurz die gleiche hier oben. Ich bin auf dem Turm oben. Okay. Manu ist tot, ja. Und Rotpilz hat er sich als Manu getarnt. Tombe, bist du Inno? Ich habe gerade auf Rotpilz geschossen und der hat sich gerade getarnt und ist runtergehüpft. Oh, da habe ich mich erschrocken. Hallo. Willst du auch eine Schrote? Ich weiß, wo noch eine ist. Ich habe eine Deagle. Das ist eine gute Nachkampfwaffe. Ich habe als Fernkampfwaffe das hier. Guck mal, das ist die beste Kombi. Schau mal. Deagle. Und dann? Rifle. Aha. Ich hatte eine Aufruf-Sniper, die habe ich ins Haus gelegt. Hey, Simon. Simon, kannst du mir mal kurz helfen? Wie kommen wir aus dem Wasser? Ich wusste, dass du Traitor bist. Hä, du hast zuerst auf mich geschossen. Hä? Oh, ich bin so schlecht. Ich wollte den Headshot geben. Hä? Du bist not. Ein zweiter Traitor. Schön zu wissen. Komm mal hier raus. Na super. Carl, wo bist du? Ich bin in so einer Höhle. In so einer Höhle bist du? Ja. Meinst du unter den Leuchtturm? Mein Duck-Sprung. Du musst schringen und ducken gleichzeitig. Ach so. SCRG und Leertaste. Oh, danke schön, meine Rette. Cade, geistig behindert. Tote dürfen nicht reden. Ist so. Oh, die Wichser, ne? Cade, lass mal jetzt die Traitor töten. Irgendwann hängt ihr noch irgendwo ein Snipe. Nicht so ein Umgangston, den wollen wir hier nicht. Genau. Wir sind liebevoll miteinander. Oh, geil. Wo bist du? Warum schießt du auf mich? Du bist Träter. Ich? Ja, du. Hey, wo bist du, du Träter? Oh nein. Der bist doof, Faller. Schwimmt bei Rotpist nur bei mir so? Hey, ich komm überhaupt mit zum Spiel nicht klar. Wie kann man... Mit Kuh schmeißt du Waffen weg, um eine neue aufzusammeln. Du musst auch die Waffe in der Hand halten, wenn du sie wegwerfen willst. Oh, wie das schön, Alter, wenn du ihn jetzt töten würdest. Oh, Mann. Oh, knapp, ey. Oh, ja. Wir gewonnen. Ich wusste nicht mal, dass es zwei Traitor sind. Wir sind doch gerade mal fünf Leute gewesen. Sechs, mal mal. Ich wusste noch nicht mal, wie man Waffen aussammelt. Meins eine Deckung ist auch zwei Traitor. Das ist so eingestellt. Ja, Zombie hat sich gerade verdächtig gemacht. Ja, obwohl er nicht verdächtig ist. Blitzmerker, ey. Diese blaue Schrift, das ist irgendwie, hat kein anderer. Das ist verdächtig. Okay, Simon ist vertretender. Hallo, schießt ihr echt jemand auf mich? Nee, noch nicht. Ropis, ich werde dich töten. Simon, warum schießt auf Zombie? Simon! Aua, bin runtergesprungen. Simon, du machst gar nichts. Ah, nein, Zombie stimmt nicht, ja! Okay, Mann und Ropis sind Träter. Ropis, warum beschuldigst du mich? Ey, wir sind Träter. Ropis, warum hast du mich beschuldigt? Bummel, kann man nochmal eine andere Seite? Hey, ich bin Träter und Ropis auf. Wenn du guck mal irgendwo drauf und dann durch Kuh. Ich bin bei Jamlet's Play, wenn ich sterbe, ist er Träter. Komm mal, Simon, komm mal. Ey, ich bin bei Jamlet's Play, ich bin bei Jamlet's Play. Hey, 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 hey. Lalalalalala. Play, 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 play. Komm mal mit mir hier rein, komm. Okay, dann geh den Tester, geh den Tester um. Play, 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 play. Dann tötest du mich nach als Träter. Ich bin, ich, das kann man nur als Werner Träter. Ja, und ich glaube, du bist Träter. Wie kommt man denn da rein? Hä? Keine Ahnung. Der Tester muss man doch erst aktivieren mit dem Goldblock. Muss man erst den Goldblock finden. Oh, Mann, da hab ich erstmal. Nein, ich hab nicht geschossen. Es war Feuer. Irgendjemand ist gegangen und hat eine Granate hier reingeworfen. Ich weiß nicht. Und ich sehe jetzt komischte Symbole. Irgendjemand hat eine Granate hier reingeworfen, ich komm nicht raus. Rotpilz ist gerade ganz panisch von euch weggerannt. Voll nicht. Mir entgegengerannt. Ich glaube, ein Hügel ist ja gerade runtergekommen. Also, Manu war hier drin als Lester. Wir haben Detective, oder? Eine Heilstation wäre ganz sexy. Ich hab aber nichts geworfen. Kannst du eine Heilstation machen? Dann tötet einen Traitor, dann hab ich einen Punkt. Heilstation, 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 bitte, bitte. Ja, wenn ihr einen Traitor tötet, kriegt ihr eine. Okay, pass auf. Mein Internet erscheint gerade schlecht zu sein. Ich hab Angst. Ich bin keiner. Ich bin keiner. Ich bin aber keiner. Wenn ich dich töte, kriege ich eine Heilstation. Nein, kriegst du eben nicht. Ich glaube, du bist der Traitor. Ich glaube, du bist der Traitor. Also, ihr könnt gerne Simon töten, falls er mich jetzt angreifen soll. Leute, wenn ich den German Express angreife, würdet ihr mich dann erstmal nicht töten? Ich bin aber Inno. Naja, die Leiche würden wir überprüfen, aber dann aufpassen. Ne, du musstest die Leiche überprüfen. Ich überprüfe die Leiche denn. Nein, ich bin Inno. Also, er war bis jetzt nicht verletzt. So, ich bin Inno. Wer? Nein, nicht schießen. Hallo. Ich hab ihn nur getötet, weil er mich sonst. Ja, geil, er war Inno. Geil. Ey, auf. Warum ballert er auf mich? Okay, guck nach. Okay, warte, ich schau. Er ist runtergefallen, warte. Ja, überprüfe erst Manu, überprüfe erst Manu. Hä? Okay. Ne, er war Inno. Oh. Oh, ups. Du warst tot. Du warst tot. Du hättest nichts sagen dürfen, Simon. Ja. Du hast mich fast Inno. Ja, ich war Inno. Ich hatte dich fast totgeschlagen. Achso, dann war Kalle. Ja, Kalle war Traitor. Ja, ich war. Ja, ich war. Ja, ich war. Aber du bist nicht gestorben. Ich hab dich irgendwie die ganze Zeit angeschossen, aber du bist nicht gestorben. Hä? Detective? Bist du gerade reingegangen? Ja. Ich habe eine Slave bei mir. Hilfe. Ah. Ich bin ein Psycho Detektor. Ich bin ein Psycho Detektor. Du musst eben TS ein bisschen lauter machen. Ich hab nämlich TS ein bisschen runtergepegelt. Habt ihr den Goldblock schon? Vielleicht hier sowas steuertest. Ja, ich hab gedacht, man muss den Testern nicht, oder? Okay. Wer ist hier immer da? Guck mal, guck mal. Das hier kann man auch machen, damit das aufgeht, ne? Das. Ja, aber erst wenn man den Goldblock hat. Ja, ja. Und der Knopf ist wofür? Für deine Ahnung. Also für den Traitor nur. Und der hier ist zum Testen. Ne, den Knopf kann jeder drücken. Aber das ist halt, wenn du siehst, dass da drin ein Traitor steht, kannst du den Knopf drücken. Leute, Leute, Leute. So viele Leute an einem Punkt. Ey, ey, ey. Ne, das wird uns zu gefährlich. Raus, raus, raus. Ich weiß noch nicht mal, wo alle sind. Was soll denn das? Okay, Simon Traitor. Genau. Rotpils. Ich bin irgendwie Detective. Ja, Simon Traitor. Eindeutig. Oh, ich werd schon wieder. Was ist da hinten explodiert? Genau. Oh, ich hab neben sie. Ich werfe eine Insta-Diense-Granative hin. Jetzt. Jetzt. Jetzt bin ich frei. Oh, Gottes Willen. Hilfe, schreck mich halt. Hoi. Ach, nein. Hoi. Ach, hier unten ist eine Feuergranate explodiert. Ja, das soll ich. Da ist aber ich. Oh. Oh, hat mir richtig viel Schaden gemacht. Sechs Prozent abgezogen. Oh. Ich beobachte dich, Simon. Ich beobachte dich. Kaddel, du sterben. Oh, scheiß daneben. Spaß. Ich beobachte euch alle. Darum ist... Pass auf, Kaddel. Kaddel, Kaddel. Kaddel ist es. Ich greif Kaddel an. Okay, hab Kaddel gekillt. Hab Kaddel gekillt. Ich bin in den Bergrotter gefallen. Aber er müsste, wenn er losgeschossen hat. Ja, Kaddel war. Kaddel, wie schlecht von dir, dass ich dich vergetötet. Ich weiß. Ja, vor allem währenddessen, ich euch beobachtet habe. Ich verstehe das nicht. Ich schieße die ganze Zeit. Du kommst das raus, aber du stirbst nicht. Ja, das Beste, wenn du Traitor bist, nimm am besten ne Shotgun oder ne Sniper und gib den Headshot. Und das lustige ist, du denkst, ich bin jetzt tot, Kaddel, bin ich nicht. Ich hab Kaddel schon gekillt. Oh, ich hab ihn im Aussehen gekillt. Hi. Wieso tötest du Maudado? Weil ich Traitor bin. Nein. Ich treffe dich einfach nicht. Warte mal. Schlag nach. Weißt du was? Schlag nach! Hä? Wo bist du? Ach, da hinten. Oh. Ich hatte ihn nicht mehr gesehen, Alter. Tobi, bist du innocent? Nein. Komm, sag ehrlich. Ja, ich schieße doch auf dich. Hör ich das nicht? Ich hab mich wieder voll geheilt mit der Mikrowelle des Todes. War richtig schlecht von mir, ey. Hauptsache ich hab 5% gehabt, hab überlebt. Gestorben? Manu. Boah, hier unten ist alles voller Blut. Ah, er ist gegen Kaktus gelaufen. Ah, das macht schaden. Ach so. Hä, wer ist der? Ist der andere Traitor? Zombie, bist du wirklich der Traitor? Ich hab doch auf dich geschossen. Ja, ich hab's irgendwie nicht realisiert. Und ich hab... Okay, jetzt haben wir... Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, dass wieder die Toten ruhig sind. Kann, glaub ich, mit Schrotflinden nicht umgehen. Ich war nicht tot, ne, Mau, dadurch. Ja, ja, aber letzte Runde warst du tot, oder? Ja. Ich stand oben auf dem Turm und hat mit der Leiche von Rotpilz runtergewedelt. Und keiner hat mich beachtet. Ich hab getan, als wär ich tot. War aber gar nicht tot. Weil ich bin halt 5% die Berge runtergefallen. Und dann hab ich mir ne Schier-Stellchen hingesetzt. Und hättest du nicht gesagt, dass du Traitor bist, äh, Zombie. Dann hätte ich dich jetzt einfach nicht angegriffen. Ja. Ich hab grad eine. Ich auch. Rotpilz. Du bist doch Traitor. Komm, mach, mach einfach. Komm, mach. Go, go, go. Ist das ein Sniper, oder was ist das für ne Waffe? Ne, so ein Automatik-Gewerb mit starken Zoom. Du möchtest dich nicht umbringen. Willst du getötet werden? Ja, nur von dem Traitor. Von dem echten Traitor. Warum, äh, ist die Waffe neu hier auf dem Map, oder ist die, äh, schon immer da gewesen? Mechelt. Die gibt's schon länger, aber die kommt selten. Die Namens sagen wir nix. Alter, bist du irgendwie Traitor, oder warum siehst du mich so an? Komm, ich bin Detective und bei Unge-Stell. Nein, nein, ich komm gerade. Ne, komm, die ist eine ordentliche Waffe. Ja, die hat keine feste Position, die spawnt random neu. Ah, okay, ich hab gedacht, die hätte Mordado erstmal ins Spiel reingemacht, jetzt neu. Oh. Auch sein, dass er sie wieder reingemacht hatte, weil die letzten paar Tage waren sie nicht mehr da. Und jetzt ist sie wieder da. Ist das eigentlich random? Oh, Mordado ist tätig! Ich bin bei GLP und Mordado aber... Okay, okay, Taddle, äh, Taddle. Simon hat gerade geredet. Ich glaub, er ist... Oh, ich bin hektisch! Der wird ganz... Meine Nerven, meine Nerven gehen durch. Hoi, mit mir. Der wird ganz hysterisch. Ich kann auch nicht bis vorne gehen. Das ist anders würdest du gerade richtig weg, anders würdest du gerade übelst abspritzen, oder so. Okay, etwas hat mich abgeschossen. Mach mal ein Türen auf. Was? Das war ich, das war ich. Mordado, ich schieß dich immer ab. Hast du echt Schaden bekommen? Das war ein anderes Geräusch. Das war... Ja, ich hab echt Schaden bekommen. Okay, dann muss hier irgendwo ein Traitor sein. Äh, guck mal. Komm, lieber hier rein, dann kann er das Kerl treffen. Ich komme jetzt durch. Auf dem Turm ist keiner, auf dem Turm ist keiner. Ich will hier gar nicht drin sein. Ich halte den Turm im Auge, mit meiner Sniper. Hier. Oh, da ist Rollpilz, hallo Rollpilz. Das, ähm... Kradl. Oh Gott! Da hat jemand so eine Granate geworfen, die so... Ja, hab ich auch gehört. Alter. Da unten schwimmt hier. Da unten ist... Ja, okay, Zombie. Zombie? Ja, ich hab den Goldblock. Ah, okay. Goldblock. Goldblock? Was mag? Wie man schwimmen kann? Die Maschine ist bereit. Ja! Den muss man in den Turm bringen, ne? Mach schnell, mach schnell. Manuel ist grün. Hier sind wir zu viel Menschen drin. Hier sind wir zu viel Menschen drin. Hier sind wir zu viel Menschen drin. Manuel ist grün. Ich hab aber gefegt. Achso, okay. Aber ich hab Angst reinzugehen, weil leider... Nein, nein, der Traitor kann doch nur rot faken, oder? Ich weiß es nicht. Ey, da steht hier gerade alles. Wer? Oh, der da, der... On. Okay. Hi. Nein! Oh, das will ich nicht... Ah! Oh, Mann, Kaddel. Du bist so schlecht. Der hat das Spiel erst seit heute. Ah! 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 nämlich gerade geredet gehabt und da wusste ich jetzt schon. Korpel steht da immer noch afghan in seinem Turm rum und bewegt sich. Nein, er steht ja afghanisch. Guck mal, da muss man den Diamantblock hin tun, da passiert irgendwas. Da steht nämlich in the name of Notch Offer the Diamond Block. Ich will wissen, was da passiert. Ja, aber wir haben den ja nie zusammen gesucht. Oh, ich bin Detective, lutscht mir die Eier. Peng, peng. Dreh dich um, dreh dich um. Mit meiner Spitzhacke? Mit meiner Spitzhacke soll ich deine Eier sagen? Nein, nein. Ich bin Minecraft. Zombie, geh bloß weg, ey. Ich mach dich platt. Neue Detective Items gibt's ja gar nicht. Nö. Das macht mich traurig. Ich bleib beim Detective stehen. Ich dreh mich auf den Rücken zu dir immer. Ich dreh mich immer so freudig. Ich bin wie dein Bodyguard. Okay, du bist, äh, meine, meine Wand. Mein Schild, dein Leben ist Schild. Ja, ich habe einen MG und ich halte es in eure Richtung. Pa, 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 pa. Alter, hoff ich anzuziehen. Ich sag dir immer. Soll ich den Kopf schießen, soll ich den Kopf schießen? Ja, töt ihn, komm. Töt den Kadel. Der hat sich anders verdient. Nein, du hast... Hä? Nein, aber er war doch gerade hier bei uns. Ach so, nee, nee. Kadel ist ja auch Traitor, genau wie ich. Deswegen töt ihn nicht so. Du bist Traitor? Okay, Rotpilz hat geredet, tötet Rotpilz. Wenn er der Detective befiehlt. Man muss erst mal Antrag stellen. Felix ist bei mir. Lass mich jetzt. Ich fühle mich mit Rot. Ich fühle mich schon genug bedroht dadurch, dass wir alle so einzeln rumstehen, dass Rotpilz allein im Haus steht. Er war mit mir zusammen im Haus Rotpiss ist auf gar keinen Fall Er war mit zusammen im Haus Simon, wie sieht mich ständig an? Wir sind beide Traitor, ich hab uns verraten Nein Ich glaube auch Wer hat gerade aufs Haus geschaut und die Falle aktiviert? Das war dann wohl ich Ich war es Ja super Hast du da gerade irgendwas hingelegt oder so, Rotpiss? Nein, ich war nur oben Hä, bist du durch? Lass mich in Ruhe Ich will dir nichts antun Hast du nicht so eine Tephilaratte in die Ecke gelegt? Nein Du hast dich aber da hingehockt Hä Hä Hörst du an, als würde deine Bomme piepsen Hey Jungs Der hier, der Typ haut der ist krank Tötet ihn, er löst ihn, er ist behindert Hä, soll ich oder nicht? Ja, er löst ihn behindert Hä, soll ich echt? Ja! Hä Oh, was ist denn auf mich? Alter, keine Ahnung wer da gerade die Granate hingepackt hat Ja, ich hab ja gesagt Zombie, Zombie, Zombie ist bestimmt Wer, wer hat da gerade Oh, ist der Zombie erschossen Hey, was soll das? Alter, Maudano Ich bin vorher gefallen Hä? Was, wer denn? Hä? Oh Gott, ich hab fast kein Leben mehr Rotpilz, Rotpilz Lol, in der Luft erschossen Ich hab Rotpilz in der Luft erschossen Ich bin fast tot, wer schießt da? Ich, äh, töte gerade ihn hier Oh fuck Du warst es Maudado Was? Maudado Du hast doch gar nicht Eben, du hast mich doch gar nicht angeballert Warum? Ich hab nicht geschossen Wer hat auf mich geschossen die ganze Zeit? Aber ich hab gedacht, du hättest ne Granate gelegt Kadel hat auf dich geschossen unter dem Baum Felix Ja, der Eck auf dem Strand Ja, warum? Das ist halt auffällig Maudado, warum hast du mich nicht gekillt? Hä? Weil ich selbst überrascht war von allem Ha 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 ha